Und wer dabei war, der kann es einfach wegdrücken, denn der hat es ja am Kopf. Gut, weitere Erfolgsgeschichten. Ja, im Prinzip bei mir war es ähnlich. Meinen Verkäufern ist aufgefallen, dass ich sehr viel bei ihnen draußen bin und halt viel gesprochen habe über das eine oder andere. Und ich wurde dann auch letztendlich schon gefragt, was jetzt ist oder was jetzt anders werden soll. Ja, das habe ich ihnen dann versucht mitzuteilen. Dem Ganzen wurde mit einer gewissen Skepsis begegnet von einigen Herren, sage ich mal so. Aber ja, ich glaube schon, dass man da positiv weiterkommt. Was ganz interessant ist, ist, du hast damit offensichtlich eine Sogwirkung ausgelöst. Also allein an der Frage erkennt man ja, dass die kapiert haben, es wird sich was ändern. Die haben ja nur noch gefragt, was. Also muss da was ausgestrahlt haben, was wesentlich darüber hinausgeht. Also wir müssen was ändern, worauf solche Leute ja, sagen wir mal, nicht so abfahren. Genau. Klar sind. Das ist übrigens eine der wichtigsten Sachen, die ich so für mich verstanden habe. Ich sage seit Jahren, wir reden nur noch über das Ob. Wir reden nicht über das Wie. Es wird sich was ändern. Wir reden nicht über das Ob, sondern nur noch über das Wie. Wir reden nur darüber, was wir genau ändern und wie wir es ändern. Aber dass wir was verändern, das ist gesetzt, Leute. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und auch bei Kunden, die bei uns das Durchsetzungsprogramm machen, die sagen, irgendwann sagen die Leute, ihr könnt, wenn ihr alles weiter so machen wollt, wie ihr das immer gemacht habt, also dieses Gespräch würde ich jetzt noch nicht führen, sondern vielleicht in drei, vier, fünf Monaten, dann gibt es da draußen in 20, 30 Kilometer Umkreis zig Möbelhäuser, die sich die Finger nach euch wecken. Aber bei uns arbeiten Leute, die daran arbeiten wollen, besser zu werden. So, aber mit der Sogwirkung tust du ja wesentlich leichter. Aber ihr könnt alle davon ausgehen, dass zehn Prozent eurer Verkäufer das Unternehmen verlassen mit Handschlag. Die verabschieden sich und sagen, war echt schön mit euch. Ich verstehe auch, wo die Sache hinläuft. Ich möchte halt nur nicht mitlaufen. Das ist total okay. Zehn Prozent würde in deinem Fall natürlich aufgerundet. Also entweder verlierst du einen dritten Mitarbeiter oder du verlierst einen ganzen. Sollte man wissen, dass das passieren kann. Guten Morgen, Herr Peter. Guten Morgen, Peter. Schön, dass du da bist. Also, Klasse, Josef, der Nächste. Wir sind bei Erfolgserlebnissen, Peter. Ja, okay. Muss nicht sofort einsteigen. Hier sind noch ein paar andere nicht dran gewesen. Ja, ich hatte drei Damen, die sind auf eine Mitarbeiterschulung gefahren, Montag und Dienstag. Das waren drei. Und das war am Wochenende. Ich habe sie dann Samstag, Sonntag nicht mehr gesehen. Und ich habe sie dann über WhatsApp, habe ich eine Dame angerufen und mich erkundigt, wie es ihnen geht. Und dass ich mich freue, dass sie auf der Oschmann-Schulung sein können. Und ich habe sie dann auch gelobt, dass sie viel lernen und viel Wissen mit heimbringen und mir das dann weitergeben dürfen. Und die haben sich dann so gefreut, dass ich an sie gedacht habe und haben das abends dann beim Essen mit allen anderen Seminarteilnehmern vorgezeigt. Und die Seminarteilnehmer haben dann gesagt, meine Güte, eure Chefin, die ruft euch an und denkt an euch. Und das hat ihnen so gut getan für Ego. Und das war schön, das haben sie mir dann berichtet. Klasse. Ich erkenne da noch eine weitere Strategie, außer dran gedacht und motiviert. Also einmal, was du gemacht hast, Verhalten, was bemerkt und bestärkt wird, wird wiederholt. Das ist die Sache von Sig Siggler und den Geschenken, die er seiner Frau gemacht hat. Die zweite ist, du hast den Damen eine positive Unterstellung. Du hast ihm was unterstellt, aber was Positives. Nämlich, ihr werdet viel lernen. Ihr seid Leute, die Lernen toll finden. Und ihr werdet viel mit zurückbringen, was ihr mir erzählen könnt. Da wird niemand sagen, nein, du hast das falsch mitgekriegt, Alexa. Ich gehöre nicht zu denen, die Lernen. Ich werde nichts mitbringen. Sondern die nehmen völlig ohne Widerstand die positive Unterstellung an und verhalten sich dementsprechend. Also sehr coole Sache. Danke. Einer von euch ist zu nah am Mikrofon oder hörbar erregt durch die vielen Erfolgsgeschichten. Beides lässt sich dadurch ändern, dass man das Mikrofon ein bisschen weiter wegnimmt oder zuhört. Gut. Wir sind zeitig dran. Ich hätte gerne noch mal mindestens zwei Erfolgsgeschichten. Ja, so richtig ist Peter. Also so richtige Erfolgsgeschichten wie Alexa das gerade gemacht hat, kann ich es tatsächlich nicht dazu beisteuern. Lass mich da gleich mal wieder coachend eingreifen. Bitte. Also erstmal, was Alexa gemacht hat, ist für deine Belange völlig wurscht. Ich laufe ab und zu Marathon und bei so einem normalen Marathon laufen ungefähr 10.000 Leute schneller und ungefähr 10.000 Leute langsamer. Und dass irgendein Äthiopier irgendwie schon geduscht war, als ich an der Halbmarathon-Marke war, das ist mir total wurscht. Also was andere machen, spielt in diesem Club nur eine Rolle als, aha, das kann ich vielleicht auch machen oder das wäre eine gute Idee. Und wir reden prinzipiell nicht darüber, was wir nicht gemacht haben, denn das geht niemandem was an. Alle haben hervorragende Gründe, die aber die anderen nichts angehen. Also schieß los, was hast du mit Erfolg anders gemacht? Und den Schnaufer jetzt nochmal, der Schnaufer ist offensichtlich nicht Alexa und nicht Peter. Aber den Schnaufer würde ich bitten, einfach das Headset ein bisschen wegzunehmen oder das Mikro woanders. Das kriegen wir noch besser hin. So, aber jetzt Peter, schieß los. Ja, also ich habe mich bisher lediglich darauf beschränkt, wenn ich tagsüber Kontakte hatte zu Leuten in meinem Unternehmen oder auch zu Externen, die ich in irgendeiner Form zu tun habe, dort etwas Gutes zu sehen, etwas Gutes herauszufiltern und das dann demjenigen auch mitzuteilen. Also, dass er eine gute Arbeit macht, dass ich sehr zufrieden bin und dass ich das ganz toll finde und einfach auch da, ich sage mal, ein bisschen Charme zu versprühen und um die Leute dann von Anfang an gleich ein bisschen für mich einnehmen zu können. Das sind die Dinge, in denen ich mich momentan befasse und ich muss sagen, das läuft recht gut. Es gibt immer mal wieder welche, die komisch gucken und denken, mit dem ist es los. So kenne ich den gar nicht. Dann gibt es aber auch sehr viele, das ist die Mehrheit, die dann mich angucken und dann sehe ich am Blick, okay, die freuen sich jetzt im Moment. Ja, klasse. Und ich finde, ich sorge dann für ein gutes Gesprächsklima, was dann danach kommt. Also die Strategie ist gut, zählt mir. Bin ich auf dem richtigen Weg? Bist du auf jeden Fall. Auf jeden Fall bist du auf dem richtigen Weg. Fällt dir eine Geschichte ein, wo die Reaktion besonders cool war von deinem Gegenüber? Nein, nein, im Moment nicht. Also das ist die Sache, da werde ich euch hinbringen, genauer hinzugucken, was da eigentlich passiert und auch die eigenen Erfolge. Du hast die Strategie sehr schön formuliert, die du angeschlagen hast und jetzt für die kommende Woche guckst du noch genauer, wie reagieren die Leute denn darauf und pickst dir dann mal ein, zwei raus, ein, zwei Sachen, über die du berichten kannst. Ja, okay, in Ordnung habe ich verstanden. Die Strategie ist super, denn du gehst mit einer ganz anderen Ausstrahlung auf die Menschen zu, wenn dein Ziel ist, ich will die erst mal in eine gute Stimmung bringen. Ja, das ist das Ziel. Wenn die meisten Leute gehen durch die Welt und die geben einfach nur die Stimmung weiter, in der sie sind, das ist relativ passiv, die sind mehr so wie Blitzdurchleiter. Das heißt, wenn die in einer miesen Stimmung sind, dann geben sie die voll an ihre Umwelt weiter und wenn die in einer guten Stimmung sind, dann auch. Und meistens sind sie in einer neutralen Stimmung und dann geben die überhaupt nichts weiter. Und wir alle kennen noch Leute, so von dem Typus, wenn die aus dem Fahrstuhl aussteigen, hat man das Gefühl, es ist voller geworden. Mein Ziel ist nicht zu denen zu gehören. Gut, prima, danke Peter. Der Nächste. Ja, hier ist der Bernhard. Ich habe auch ein tolles Erfolgserlebnis gehabt und zwar gibt es bei uns so einen Firmenlauf, wo wir schon seit fünf Jahren mitlaufen und da war schon mal die halbe Firma mitgelaufen, aber in den letzten Jahren wurden es immer weniger Teilnehmer und dieses Jahr hatten sich nur drei neue Mitarbeiter gemeldet, die noch nie mitgelaufen waren. Und ja, das war mir dann zu wenig. Mit drei Leuten wollte ich nicht mitlaufen und habe dann jetzt mich die Woche nochmal drangesetzt und habe mich für, sagen wir mal, die Mitarbeiter interessiert, habe nochmal konkret nachgefragt und habe es jetzt geschafft, dass wir zehn Leute sind, die mitlaufen. Was mich dann auch wirklich zufriedengestellt hat, ja. Denn das ist ja ein Drittel der Firma. Ja, und mit einem einzigen Nebel interessiere dich aufrichtig für den anderen, nein? Ja, klasse. Und das ist ein Drittel der Firma. Ich hätte es andersrum gerechnet. Statt drei, die angemeldet waren, sind es jetzt zehn. Das sind mehr als dreimal so viele, nein? Ja, genau. Du hast die Teilnehmerquote verdreifacht, indem du dich einfach aufrichtig für die interessiert hast. Klasse. Danke. Wer möchte mal werden, noch nicht? Nadine, Volk, habe ich noch nicht gehört. Habe kein Erfolgserlebnis. Ja, dann darfst du weitersagen. Ich würde das prinzipiell mal anzweifeln. Ich überlege mir ständig, was ich für ein Erfolgserlebnis hatte. Okay. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Aber da steht nicht so besonders viel. Also, dass ich meine Hausaufgaben sonst gemacht habe. Aber nein, Erfolgserlebnisse kann ich jetzt nicht damit prallen. Okay. Du warst, glaube ich, noch nicht da, als ich den Satz rausgehauen habe, einer meiner Lieblingssätze. Perfektion ist der Feind des Anfangens. Und ich glaube, du hast etliche deiner Erfolge nicht gesehen, weil du irgendetwas Perfektes im Kopf hattest. Ja, das ist so. Gestern erst saß ich über diesen Zettel mit der Coaching-Vorbereitung und ich habe mir da schon überall Aufschriebe gemacht. Aber wahrscheinlich sind dann die Hürden, die ich mir dann gelegt habe, zu hoch. Das sind ja eigentlich mehr dann die kleinen Dinge, um die es dann geht. Nee, das muss ja nicht unbedingt gleich irgendwie eine neue Regierung sein. Genau. Volker, wie oft kommt es vor, dass du in deinem Tagesgeschäft anhältst und dein eigenes Verhalten analysierst, wie du es gestern getan hast? Das kommt oft vor. Okay, gut. Also, für die meisten Leute ist das ein Riesenschritt, sich zu überlegen, was tue ich eigentlich, was funktioniert, in welchem Zustand befinde ich mich, ist ja die erste Frage. Genau, genau. In der Coaching-Vorbereitung. Also, allein das, dass du es getan hast, neben dem Wirbelsturm, den du ganz sicher auch noch bekämpft hast, finde ich, ist ein Erfolg. Weißt du, wie geil ich das finde? Also, ich kann gar nicht aufhören, dass ein Teilnehmer anderthalb Wochen vor dem Coaching-Termin sich mit der Vorbereitung beschäftigt. Weißt du, wann die meisten Teilnehmer sich damit beschäftigen? Eine Sekunde, bevor ihr Telefon klingelt? Nein, das wäre ja peinlich. Dann müsste ich mir ja überlegen, dann müsste ich mir ja erstmal den Satz überlegen. Und deswegen, das ist schon wichtig, weil da möchte ich ja auch was davon haben. Volker, das ist ein Riesenerfolg, zumindest für mich. Normalerweise, viele beschäftigen sich damit in dem Moment, wo sie anfangen, hektisch nach meiner Handynummer zu fahren, weil ihr Handy gepiept hat, weil das jetzt der Termin ist. Also, klasse, hast du super gemacht. Prima. Perfektion ist der Feind des Anfangs und besser schnell losgelaufen als perfekt gezögert. Ich glaube, du bist schon schnell losgelaufen. Solltest dich nur nicht durch diese Brille betrachten, was habe ich hier perfekt gemacht oder habe ich alles getan, was mir der Thomas erzählt hat, was ich tun sollte. Das wird nie hinhauen. Also, du bist super unterwegs. Danke. Okay. Aber doch, ich habe da noch eine Frage, und zwar wegen dieser Plakatierung. Ich habe da keine Lösung dafür gefunden, was ich da hinschreiben soll. Also, wir machen zwar immer diese Besprechung und schreiben immer alles hin, aber was ich jetzt hinschreiben soll oder was sinnvoll ist, was denn auch die Leute interessiert, die dann eben in der Verwaltung mit sind oder im Verkauf. Da bin ich natürlich auf eine vernünftige Lösung gekommen. Die Anzeigetafel meinst du? Ja, genau, die Anzeigetafel. Okay. Lass uns da, wenn die Frage besteht, lass uns da einfach nochmal reinspringen im nächsten Schritt und nochmal gucken, was da Sinn macht. Ich glaube, vielleicht macht für die Verwaltung, machen natürlich andere Scheinwerferkennzahlen Sinn als für die Verkäufer. So viel würde ich schon mal aus dem Stand sagen. Aber lass uns da einfach im Anschluss drüber reden. Finde ich klar. Danke für die Frage, haben bestimmt andere auch. Wer will nochmal, wer hat noch nichts? Ja, ich mache dann auch nochmal eben weiter. Ich hatte so ein Teppicherlebnis, wie wir es hatten. Ich beschreibe das jetzt mal so. Ich war gestern zu einem, ja, ich musste gestern Raum dekorieren für meine Freundin, die gleich heiratet. Deswegen klinke ich mich vielleicht auch etwas früher aus. Und dann standen halt acht Leute da und wollten Tische rücken und jeder wollte anders rücken. Und alle hatten irgendwas dazu zu sagen. Und ich habe mich dann mal rausgehalten und habe das beobachtet, weil ich das ganz interessant fand. Und habe dann irgendwann mal, als die Zimmer an die Tische hin und her gerückt haben, gesagt, überleg doch erstmal, wie es am besten Sinn macht. Und auf einmal war der Raum ruhig und alle guckten mich an und sagten, ja, wie macht es denn Sinn? Ich sage, ja, das können wir ja jetzt zusammen überlegen. Ich sage, weil gerade hat es ja nicht funktioniert. Und dann wurde halt drüber nachgedacht und hinterher hat es dann auch schnell eine Lösung gegeben. Und das hat mich an den Teppich erinnert. Ja, klasse. Danke, Nadine. Fällt mir übrigens gleich ein, als Hinweis für Volker, mit den Leuten zu besprechen, Leute, was macht denn Sinn? Was würde euch motivieren? Welche sind die Kennzahlen, die eurer Meinung nach wichtig sind? Wenn man immer versucht, allein auf alle Ideen zu kommen, das ist ein relativ stressiges, einsames Unterfangen. Wenn man die anderen 20 Leute oder 10, die da auch noch arbeiten, einfach auffordert, ihr Gehirn zu benutzen, die haben eins, die benutzen das auch gerne, nur nicht, wenn es nicht gefragt ist, dann kommt man gemeinsam auf viel mehr Ideen. Super, Nadine. Also zwei wichtige Schritte ist, erstmal anzuhalten und zu sagen, was macht dir überhaupt Sinn? Denn die meisten Leute machen einfach, weil machen sich gut anfühlt. Und zum Zweiten das in der Gruppe besprechen. Klasse. Und Hochzeit ist eine super Ausrede, um dich vorher aus einer Telekonferenz zu verabschieden. Ja. Du weißt ja, Samstag gibt es im Möbelhandel nur frei, bei Hochzeiten und Todesfällen, aber immer nur die eigenen. Genau dasselbe gilt bei Telekonferenzen. Nein, ist natürlich Quatsch. Danke. Erfolgsgeschichte von mir, habe ich euch erzählt, von den Dodenhof-Mitarbeitern, die zu einer Hazel & Henders Schulung gingen. Nein. Also ich saß in einem Verkaufsgespräch bei der Firma Möbel Heinrich und ich frage immer, wie kommt es denn, dass ich hier bin? Und die haben mir gesagt, ja, ja, sie schicken uns Newsletter und wir hören ja auch ganz viel von Ihnen. Und der Herr Müller aus unserem Verband hat auch gesagt, das taugt und so weiter und so fort. Relativ Standard. Und dann sagte aber der Junior, ich war letzte Woche bei einer, wie heißen die, Hänsel & Gretel, ihr wisst, was ich meine, da diese holländische Habufa-Geschichte. Ich war bei einer Hänsel & Gretel-Schulung und die haben da auch Verkaufstraining gemacht und das war echt grottig. Und ich saß da so und dachte mir, warum tue ich mir das eigentlich an? Da stand mit einem Mal ein Verkäufer auf oder meldete sich und dachte, ey, das ist doch echt grottig. Wir machen das anders bei uns. Wir machen das hier mal vor. Und dann sind zwei Verkäufer nach vorne gegangen und haben das vorgemacht, wie man das macht. So, und in der Pause bin ich da hingegangen und habe gesagt, ey Leute, erst mal, wo arbeitet ihr? Und zum Zweiten, warum macht ihr das so? Und dann haben die erzählt, ja, wir haben ein Durchsetzungsprogramm gemacht. Das ist auch schon vorbei. Wir haben die Jungs, die das gemacht haben, schon ewig nicht mehr gesehen. Der eine der Teilnehmer übrigens, der hatte noch nie jemand von uns gesehen, weil der nicht am Training teilnehmen konnte. Die Firma ist zu groß. Aber bei uns wird das so gemacht. Die Führungskräfte wollen das so und das macht total Sinn. Und deswegen machen wir das so. Also, da werdet ihr in einem Jahr sein. Für mich war das dann ein relativ angenehmes Verkaufsgespräch. Der Kunde wusste schon mal, ah, Folgendes haben wir zu erwarten. Gut. Also, wenn ich irgendjemanden übergangen habe, der noch ein Erfolgserlebnis erzählen möchte, jederzeit auch dazwischen, das ist immer eine super Sache. Was habe ich für heute auf dem Zettel? Ah, das ist die falsche Präsentation. Wenn ich die abfahre, dann führt die zur Verwirrung. Ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was ich in der Stufe 1 für Umsetzungsschritte sehe. und ihr könnt dann überlegen, wie das passt. Es gibt, die Stufe 1 ist ja die Wahl der Einstellung. Und ihr habt bestimmt, habt ihr schon alle die Materialien bekommen? CDs und Aufzähler und so? Ja, vielen Dank. Also, passt. Was ihr da nicht bekommen habt, denn die sind schwer auszudrucken, sind die Vereinbarungsposter. Also, das, was ihr hier rechts seht, das gibt es in DIN A4 und in DIN A größer. Ich werde das gleich im Anschluss rumschicken. Das sind die Vereinbarungen, die wir oft, also wenn wir ein Programm machen, moderieren wir die rein. Der Schnaufer wieder ein bisschen weiter vom Mikrofon entfernen, bitte. Oder Sternchen 6 drücken. Irgendwie wird sich der Schnaufer selbst nicht schnaufen. Ich bin das nicht, oder? Nee. Nee, denn wenn du redest und es schnauft weiter, dann kann es nicht sein. Okay, also, das ist ja auch nicht so problematisch. Wenn es irgendwie laut wird bei euch, Sternchen 6 sorgt dafür, dass euer Mikrofon stumm geschaltet wird. Und wenn ihr dann wieder sprechen wollt, einfach wieder Sternchen 6, dann seid ihr wieder drin. Also, so als kleiner Tipp. Aber bei den paar Leuten macht das nichts aus. Hier im 100%-Club, das sind 25 Leute, da wird es dann ab und zu echt laut. Gut. Zurück zum Vereinbarungsposter. Das sind Vereinbarungen, die wir, wenn wir selber mit Verkäufern oder mit den Führungskräften zusammen mit den Verkäufern arbeiten, moderieren wir die rein. Eine Sache ist, und finde ich fast die wichtigste Regel, ist, ich rede nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann. Oder positiv formuliert, ich rede nur über Dinge, die ich selbst ändern und beeinflussen kann. Die zweite ist, ich trete nicht dem Club bei. Den Club, den erklären wir im Training, vielleicht machen wir das das nächste Mal in Frankfurt auch noch ausführlicher. Was mit dem Club gemeint ist, sind Menschen, die zusammenstehen, keine Aktivität entfalten und sich gegenseitig leidtun. Ich habe mal den Ausdruck gehört, eine Pity-Party. Also Pity ist Mitleid oder Selbstmitleid und auf einer Pity-Party tut man sich selbst und gegenseitig leid. Übrigens, viele Erfahs sind so gestrickt, ist mir mal aufgefallen, dass drüber geredet wird, was alles nicht funktioniert, wie schwierig die Welt da draußen ist. Ich trete nicht dem Club bei, das heißt, ich stehe nicht auf der Fläche, ich sitze nicht auf der Fläche mit anderen, sondern ich bin aktiv. Die Regel Nummer drei, die geht immer relativ gut durch bei den Verkäufern. Niemand wird eingebremst, aber tatsächlich ist das oft ein Problem. Dass wenn da eine Beate losläuft und andere Sachen macht, dass die anderen vier dann sagen, Beate, das macht man bei uns so nicht. Das geht so nicht. Deswegen bietet es sich an, möglichst früh diese Regel reinzumoderieren. Denn die Leute finden die Regel erstmal ganz vernünftig, wenn man so ganz generell darüber spricht. In dem Moment, wo dann aber ein Verkäufer oder auch sie anderes Verhalten an den Tag legen, fangen die an zu sagen, in den Augenblick, Augenblick, das haben wir noch nie so gemacht, das wollen wir nicht so. Und dann kann man sagen, hey, das war die Regel Nummer drei, haben wir uns darauf verständigt. Haben wir über Buaga gesprochen? Nein. Buaga ist ganz, ganz wichtig. Buaga ist, ich schreibe es mal aus, Buaga ist der Schlachtwurf der Veränderungsunwilligen. Der Veränderungsunwilligen. Und das steht für, bei uns ist alles ganz anders. Also Buaga ist eine typische Sache, die kommt in solchen Sachen. Naja, was du da machst, das kann man bei uns nicht machen. Wir erzählen seit Jahrzehnten Verkäufern, also Herr Witt, Ihr Eisbrecher, herzlich willkommen bei Möbel sowieso. Von wo sind Sie denn zu uns gekommen? Oder waren Sie schon mal bei uns? Das geht bei uns nicht. Und wenn ich frage, warum nicht, dann sagen die, also herzlich willkommen. Das ist zu nett. Das macht die Leute misstrauisch. Das geht in unserer Region nicht. Also im Erzgebirge, die Löffelschnitzer. So, ist natürlich kompletter Quatsch. Buaga ist einfach nur eine Ausrede, um nichts zu ändern, die man relativ gut aushebeln kann, indem man sagt, Leute, wir hatten es halt anders vereinbart. Nämlich, niemand wird in seinem Verhalten nur tun, eingebremst. Eine Regel, die extrem wichtig ist, ist, niemand wird bloßgestellt. Lass uns mal über die Regel reden. Warum macht die Sinn und warum ist die wichtig? Mal bloßstellen, demotiviert. Aha, ganz wichtiger Punkt. Warum noch? der bekommt Angst und Angst verhindert Motivation und Ideen. Ja. Angst verhindert Motivation, Angst verhindert Ideen, Angst verhindert auch neues Verhalten an den Tag zu legen. Derjenige weiß ja, wenn ich zum 60.000 Mal kann ich ihnen helfen sage, ist alles im grünen Bereich, das kennen die. aber wenn ich jetzt was anders mache, uiuiuiuiuiui. Und wenn da einmal einer vorgeführt wird, haut das nicht hin. Also Angst verhindert Lernen. Warum ist das noch wichtig? Die anderen, die nicht bloßgestellt wurden in der Runde, die fühlen sich automatisch größer, wo sie gar nichts gemacht haben. Ja, okay. Das ist eine besonders kranke Denke, wenn das so ist. Ja, manche Leute fühlen sich besser, wenn andere klein gemacht werden. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ist aber ein Effekt, den wir auf keinen Fall auslösen wollen. Genau. Klasse. Warum Vereinbarung? Ich habe euch von dieser Systematik erzählt, wie funktioniert Verhaltensveränderung? Das haben wir noch da in Wildeshausen gemacht. Das Stichwort ist Duschwand. Wenn ich euch Duschwand sage, dann wisst ihr ungefähr, wie das Ganze aussah. Wenn man anderen Menschen sagt, was sie tun oder lassen sollen, legen die in der Regel relativ viel Widerstand an den Tag. Wenn man aber Vereinbarungen mit denen trifft, ist man ein Riesenstück weiter. Das heißt noch immer nicht, dass sich alle an die Vereinbarung halten. Ich schließe mich da selber immer mit ein. Sondern es heißt, dass wir uns gegenseitig in der Verantwortung halten können. Was passiert, wenn wir klar die Regel einziehen, die Vereinbarung einziehen? Ich rede nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann. Was verändert sich in der Firma? Die Leute haben mehr Zeit für das Wesentliche. Wir reden nämlich alle. Das merkt man immer, wenn man das blaue Band richtig konsequent benutzt. Wir reden alle über Dinge, die wir nicht ändern können. Ich saß gestern halt mit Freunden zusammen und irgendwie, ich habe das ein bisschen auch vom blauen Band, praktisch dem blauen Band geschuldet, von außen beurteilt. Da wurde geredet über das Schulsystem. Und über das Schulsystem kann ich auch stundenlang reden. Nur solange ich nicht bereit bin, mich mal zumindest als Elternbeirat wählen zu lassen, macht es überhaupt keinen Sinn, über das Schulsystem zu reden. Denn ich bin weder der Kultusminister noch Lehrer, noch habe ich irgendeinen Einfluss darauf. Dann wird über den Verkehr in Frankfurt geredet, dann wird über den Bahnstreik geredet. Ja, entweder ich lasse mich jetzt, ich bemühe mich zügig in den Bahnvorstand zu kommen oder ich bemühe mich zügig Gewerkschaftsfunktionär zu werden. Oder ich sollte mich nicht damit befassen, dass die Bahn streikt. Also es spart enorm viel Zeit und es richtet den Fokus darauf, wo wir hinwollen, ganz automatisch. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn wir über Dinge reden, die wir nicht ändern können, dann geht die Energie auf Sachen, die wir nicht ändern können. Das sind ja auch meistens Dinge, die negativ behaftet sind. Ob das jetzt der Bahnstreik ist oder Schulsystem oder was auch immer. Und das habe ich ja dann im Kopf, also das will ich ja nicht. Ja, da ist was dran. Genau, die wenigsten Leute sagen, boah, das ist so nett, dass die den Bahnstreik gerade wieder ausgesetzt haben, obwohl die noch zu keiner Einigung gekommen sind. Also ich finde das irre auch, wie hart die Leute von der GDL und dem Bahnvorstand da die Nacht durchgearbeitet haben. Ich finde es super. Das vergessen wir irgendwie zu erwähnen, sondern meistens sind es negative Sachen. Da hast du völlig recht. Der schlimmste Punkt ist ja im Moment das Wetter, wo die Leute immer sagen, ja es ist zu warm, da kommen keine Kunden. Und das sage ich immer, entweder ist schönes Wetter oder wir haben Möbelwetter, es ist beides schön. Das war so ein Spruch, den ich die ganze Woche immer gebracht habe, weil das Wetter zieht immer die Stimmung so runter, wenn darüber geredet wird. Hier kann man die Leute sehr gut ranführen. Die tragen genauso viel Gehirnspazieren wie wir. Und die wissen, dass das nicht besonders erfolgreich macht, über Sachen zu reden, die man nicht ändern kann. Da gilt die Regel, wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. Ja, wenn das Wetter schuld ist, da ich nicht der liebe Gott bin, kann ich ja schon mal gar nichts machen. Das heißt, ich gebe dem Wetter die Macht über mich. Ganz, ganz ungünstig. Oder der GDL oder den Bahnvorstand. Das kann man predigen, aber wenn man das mit den Leuten einmal bespricht und sagt, Leute, macht das Sinn, wollen wir das so haben, dann kommt man da wesentlich weiter. Jetzt lasst uns mal zusammen überlegen, in welcher Art, was sind eure Ideen, wie könnt ihr diese Sachen mit eurer Mannschaft vereinbaren? So, der stellt, der wird aber Fragen hier um. Das sind ja früh schon. Und um die Uhrzeit, ja. Also ich habe mal eine Art hier auf den Bildschirm geworfen, eines großen Management-Theoretikers. Das Zitat geht folgendermaßen für die, die kein Bild haben. Gott hat ja auch nicht zu Moses gesagt, hier Moses, ich habe da mal was aufgeschrieben, was mir nicht so gut gefällt. Falls du Lust hast, schau doch mal drüber. Nein, da hieß es, zack, zehn Gebote und wer nicht pariert, kommt in die Hölle. Bums aus Nikolaus. Was haltet ihr von diesem Ansatz in Bezug auf die Vereinbarung, die wir hier hatten? Ja, das ist eigentlich perfekt. Jetzt nochmal nacheinander beide. Also ich finde es perfekt, das ist ein gutes Thema, was wir in der, wir haben ja Samstagmorgens immer eine Besprechung, wo man das erklären kann, wo man mal über den Punkt drei, vier Minuten spricht und dann die Vereinbarung trifft. Lasst uns ab jetzt nicht mehr über die Dinge reden, die wir nicht ändern können und dann halt hinten dran sein. Also finde ich hervorragend. Ich würde die auch vielleicht einzeln nehmen, immer für Probesprechung eine, denn dann bleiben die besser hängen und vor allen Dingen, man kann auch immer nur auf eine Sache achten, auf die gegenseitig. Und nach einer Woche ist das schon ein Stück weit wieder ins Verhalten übergegangen und dann kann man die nächste bringen. Gut, also du willst das bei der Morgenbesprechung machen und einfach mit den Leuten besprechen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Und dann aber eben nicht vorgeben, sondern wirklich dann vereinbaren. Ja, also du willst es nicht machen wie Stromberg, ist auch nicht in diesem Fall zur Nachahmung empfohlen, nur dass, das kennen mich noch nicht alle so, das heißt, vielleicht können nicht alle meine Witze einschätzen, das ist in diesem Fall, würde ich dieses Vorgehen von Herrn Stromberg nicht für günstig halten. Gut, ich schicke die gleich rum, geht es möglichst zügig an, greift euch die Vereinbarung raus, die ihr am wichtigsten findet und das Ganze funktioniert nur unter einer Bedingung, nämlich, dass die Vereinbarung für jeden gelten. Das heißt, ich würde reingehen und sagen, ich habe mir Folgendes vorgenommen, ich will nicht mehr über Sachen reden, die ich nicht ändern kann oder andersrum, ich will meinen Fokus nur noch auf Sachen leiten, die ich ändern kann. Würdet ihr mir dabei helfen, Leute? Dann sagen die Onkel, wenn es dich glücklich macht, warum nicht? Ja, wenn man dann sagt, dann gebt mir doch bitte ein Zeichen, ich habe hier so ein kleines blaues Band und wenn ihr irgendwie hört, dass ich über Sachen rede, die ich nicht ändern kann, dann tippt euch einfach aufs Handgelenk oder macht mir sonst ein kleines Zeichen, dass ich weiß, ich muss jetzt das blaue Band wechseln. Was passiert in dem Moment, wo ihr so da reingeht? Ja, ich nehme sie richtig mit, ich gebe denen eine Aufgabe, die sie jetzt erst vordergründig nicht betrifft oder die ihnen vordergründig nichts antut, sagen wir mal, aber ich nehme sie einfach mit auf den Weg. Die macht denen sogar Spaß. Genau. Ich darf den Hornung verbessern, den Chef, wie cool ist das? Eigentlich muss ich in den nächsten Tagen dann über ein paar Dinge reden, die ich nicht ändern kann, damit die mich erwischen. Das musst du gar nicht bewusst tun, das passiert. Das passiert, wenn die Leute das Spiel wirklich, wirklich, wirklich spielen, erwischen die dich am ersten Tag zehnmal und am zweiten noch fünfmal und am dritten Tag zweimal und am vierten Tag gar nicht mehr. Und dann merken die einen Unterschied. Übrigens an alle, die es angefragt hatten, die Marion, Frau Hecker, schickt die Bänder raus, sobald sie bei ihr angekommen sind. Ich reagiere mit je nachdem Frustration oder Verzweiflung, wenn ich Päckchen packen soll und habe deswegen sofort alle Bänder, die ich noch hatte, zur Frau Hecker geschickt, damit sie das tut. Was natürlich zu einer Verzögerung führt, aber bei mir enorm nervenschonend wirkt. Und die kümmert sich hervorragend um solche Anliegen, wenn sie die Möglichkeiten hat, das zu tun. Aber die müssten jetzt heute oder morgen bei ihr eintreffen. Gut. Also, wenn die Regel Nummer vier ist, die ihr euch als erstes auswählt, würde ich auch da reingehen und sagen, Leute, wir haben hier viele Verhaltensänderungen vor. Und dafür, dass Leute das Verhalten ändern, ist es sehr, sehr wichtig, und das wissen wir alle aus der Schule, dass man sich nicht blamieren kann, dass niemand vorgeführt wird. Und mit dem Schulthema können alle was anfangen, zu sagen, Mensch, wann wird man denn an die Tafel gerufen, um was vorzurechnen? Immer wenn man gerade gequatscht hat. Das heißt, man wurde nur zu dem einzigen Ziel drangenommen, vorgeführt zu werden. Und das war in der Schule schon ein Stück weit Strategie. Wenn man sich gemeldet hat wie ein Blöder, kann man nicht unbedingt dran. So, wenn man das mit denen bespricht und sagt, Leute, ich möchte, dass ihr mich absolut darauf aufmerksam macht, wenn irgendjemand sich hier bloßgestellt fühlt. Und da ist jede Art von Kritik gemeint, die nicht unter vier Augen stattfindet. Dann möchte ich, dass ihr mich darauf hinweist. Und auch das ist hier mit dem blauen Band geankert. Und kritisieren, verurteilen und klagen sie nicht. Also ich möchte da eure Hilfe. Es fällt wesentlich leichter, diese Sachen dann auch auf die anderen zu übertragen. Denn die Leute merken, das ist eine sehr, sehr positive Verhaltensveränderung. Und dann ist das eine Woche später relativ leicht zu sagen, hey, was haltet ihr davon? Soll ich euch auch darauf aufmerksam machen? Oder wollt ihr euch auch gegenseitig an diese Vereinbarung halten? Und dann ist es eine Vereinbarung. Gut, noch Fragen zu diesen, zu den Vereinbarungen? Okay, wenn nicht, alle haben meine Telefonnummer. Ich möchte nicht, dass ihr mit einer Frage länger als zwölf Stunden schwanger geht. Also eigentlich noch nicht mal länger als eine halbe Stunde. Greift zum Telefon, sprecht sie mir aufs Handy. Ich rufe spätestens innerhalb von zwölf Stunden zurück. Und dann können wir alles besprechen. Dann müsst ihr auf keinen Fall bis zur nächsten Sprechstunde warten. Das ist Blödsinn. Ich möchte, dass ihr echt so schnell vorangeht, wie ihr könnt. Und das wird automatisch Fragen aufwerfen. Und je mehr mein Telefon klingelt, desto besser weiß ich, dass es funktioniert. Übrigens einer meiner Wahlsprüche ist von einem amerikanischen Unternehmer, der sagte immer, wenn du noch weißt, was du tust, bewegst du dich nicht schnell genug. Das fand ich super. Also ich versuche immer, mich so schnell zu bewegen, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich tue. Was natürlich dann jede Menge Fragen aufwirft. Und von demselben Unternehmer gibt es einen zweiten Spruch auf Englisch. Money loves speed. Geld liebt Geschwindigkeit. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge dran. Also es ist wesentlich leichter, wesentlich schneller, wesentlich profitabler, sehr, sehr schnell Sachen umzusetzen, als perfekt zu zögern und langsam umzusetzen. Gut. Was könnt ihr noch tun, um die Sache voranzutreiben? Die CDs unter die Leute zu bringen. Und zwar da nur die CD der ersten Stufe. Immer schön einzeln rausgeben, auch bei den Vereinbarungspostern. Die kommen gleich im Paket zu euch. Ihr könnt die auch alle in einem Rutsch ausdrucken oder ausdrucken lassen. Aber bitte nicht alle gleichzeitig an die Wand und sagen, so machen wir es jetzt. Sondern immer schön einzeln. Das ist wichtig. Also können wir die erste CD, die Wahl jetzt an unsere Verkäuferin verteilen? Könnt ihr. Okay. Also erstmal könnt ihr sowieso alles, aber es ist gut, dass wir vorher noch darüber sprechen. Was macht da Sinn? Wie gibt man die am besten raus? Was meint ihr? Das ist sehr schwierig. Die Frage habe ich mir ja auch schon gestellt. Deswegen habe ich es auch nicht verteilt. Wenn ich zu den Leuten hingehe und sage, ich habe hier eine CD für euch. Guckt euch die bitte mal an. Es sind interessante Dinge drauf. Dann weiß ich nicht. A, hören die sich die an? Legen die die nur weg? Und ich will es ja dann versuchen auch zu kontrollieren und mit den Leuten wieder darüber zu sprechen. Also da würde ich sagen, kann man einmal tatsächlich hier die Stromberg-Nummer machen und sagen, ich möchte, dass du die anhörst. Und wir sprechen danach darüber. Was ich auf keinen Fall machen würde, da hast du völlig recht, Peter, zu sagen, ja, hier, ich habe da eine ganze Menge CDs bekommen. Genauer gesagt hat mir der Thomas irgendwie wesentlich mehr geschickt, als ich Verkäufer habe. Also kann jeder eine haben und hört mal bei Gelegenheit rein. Denn die Gelegenheit kommt nie. Das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Weitere Gedanken dazu? Ich würde im Moment im Grunde genommen, sagen wir mal, die Gunst der Stunde nutzen. Im Moment sind sie natürlich gerade nach der Besprechung am Mittwoch wahnsinnig interessiert. Was passiert jetzt? Was passiert bei meinem Chef? Verändert der sich wirklich? Und aha, wir können ihn jetzt kontrollieren mit der KVK. Und das sehen wir auch jeden Tag, wie er daran gearbeitet hat. Also das heißt, es besteht schon ein großes Interesse. Bei uns war es ja auch im Endeffekt so. Nadine und ich haben den Vortuner gemacht. Ach, wir wollen uns ändern, wir wollen unser Verhalten ändern. Haben dann sehr intensiv über das blaue Bändchen im Endeffekt gesprochen. Und auch schon über diesen Punkt im Grunde genommen, was wir nicht ändern können. Beispiel war jetzt zum Beispiel das Wetter oder die Kundenfrequenz. Oder alles, was gestern war. Das können wir halt nun mal nicht mehr ändern. Und das Schöne daran war, da wir den Vortuner im Grunde genommen gemimt haben, das würde ich eh nicht im Grunde genommen bei der CD angehen, dass am Ende, ohne dass wir gesagt haben, wollt ihr das auch haben, haben die selber alle gesagt, wir wollen das haben. Und das war ja dieser Effekt, der, glaube ich, auch bei Alexa im Grunde genommen, da war, dass die Verkäufer gesagt haben, Mensch, das ist ja super. Weil jeder weiß, sei es im Privaten wie auch im beruflichen Bereich, dass er das halt den ganzen Tag macht, im Grunde genommen sich über Dinge beschweren, die er nun mal nicht ändern kann. Und ich würde jetzt einmal dieses Momentum nutzen, dass sie gerade einen Fokus auf das neue Programm haben, natürlich auch auf Nadine und auf mich im Endeffekt. Und aus dem Grunde einfach sagen, damit ihr wisst, was wir einfach machen, ist hier einfach, sagen wir mal, der erste Step, den wir einfach gemeinsam machen. Und das würde ich im Moment nutzen. Also die Fahrt, die man jetzt aufgenommen hat, im Endeffekt, das ist ja auch das Entscheidende, dass jetzt auch die sehen, das verändert sich was. Und die sind da jetzt auch wirklich dran, nicht gefühlt, sagen wir mal so in vier Wochen gibt es die nächste Besprechung, wie war denn die Vergangenheit, sondern dass sie einfach sehen, tagtäglich passiert was. Und diese Gunst der Stunde zu nutzen und dann halt die CD dann im Grunde genommen mitzugeben. Ja, ja. Danke, das heißt, du sagst im Prinzip Neugier durch das eigene Verhalten hervorrufen und dann diese Sogwirkung herstellen, dass die sagen, wo kann ich denn mehr erfahren? Es gibt da einen großen Trick. Ich weiß jetzt nicht, welcher Kaiser es war. Das war, ich glaube, in Deutschland oder in England auf jeden Fall, das war zu einer Zeit, als Kartoffeln essen irgendwie, war total uncool. Mittlerweile ist Deutschland ja ein Volk von echt guten Kartoffelessern. Und die hatten sich entschieden auf höchster Ebene, also da der König und die Fürsten, Kartoffeln ist das bessere Grundnahrungsmittel. Weizen und Getreide ist halt, da fällt zu oft die Ernte aus und gibt Zungersnöte. Das heißt, die wollten das Volk dazu kriegen, Kartoffeln zu fressen. Was meinen ihr, welchen Weg haben die gewählt? Vielleicht ist die Frage blöd gestellt, ich erzähle es euch. Die haben auf den fürstlichen Äckern Kartoffeln angebaut und dann haben sie Wachen abgestellt, die die Äcker bewachten. Man weiß sofort, was passiert ist. Die Leute kamen an und haben die Wachen gefragt, was bewacht ihr denn hier? Das ist ein Kartoffelfeld. Was ist passiert? Die Leute haben angefangen, Kartoffeln zu klauen, weil es offensichtlich knapp und wichtig war. Und alle haben Kartoffeln angefangen anzubauen. Und mittlerweile sind die Deutschen ein Volk der Kartoffelfretter, die Engländer auch. Gemacht wurde es über eine Sogwirkung. Wer auch immer damals die Idee hatte, der kannte sich mit menschlicher Psychologie aus. In einem Möbelhaus, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, die Firma Möbel Turflorn in Berl, da gibt es ein Verkaufshandbuch, das heißt ABBA. Ich habe vergessen, wofür das steht. Nicht für die lustige Popgruppe mit den langen Haaren. Aber das heißt ABBA. Und wenn man da arbeitet und dann wird man immer wieder geschult nach ABBA. Und wenn man die Probezeit bestanden hat, dann kriegt man sein eigenes ABBA ausgehändigt. Und dafür muss man unterschreiben. Und man muss unterschreiben, dass man das wieder abgibt, wenn man das Unternehmen verlässt. Ja, und jetzt ist den Leuten, die da bei Möbel Turflorn arbeiten, ganz kluge Leute, die wissen schon, dass es Kopierer gibt. Die wissen, dass sie nicht verhindern können, dass diese Information durch die ganze Welt spaziert. Warum machen die den ganzen Zinnober? Ja, um eine Wertsteigerung zu erreichen, dass das Ganze wertvoll ist, weil es ja wieder abgegeben werden muss. Ja, absolut. Wir halten das nach auf Listen, dass du es bekommen hast. Und wenn du das Unternehmen verlassen solltest, dann wollen wir das wieder. Und das kriegt ja überhaupt nicht jeder. Das kriegen nämlich nur Leute, die die Probezeit bestanden haben. Das ist wichtig. Also, möglichst hoch aufhängen, knapp machen, wenn möglich eine Sogwirkung erzielen. Also, es wird in jeder Firma anders gehandhabt. Aber eine Sollbruchstelle hat Peter schon genannt, die sagen, ja, ja, ich höre mir das irgendwann an und irgendwann kommt nie. Also, ich würde die immer rausgeben mit einer sehr, sehr engen Zeigvorgabe. Morgen besprechen wir, was dir da aufgefallen ist. Und dann die Art, wie man da fragt, ist nicht, hast du die gehört, dann sagen die ja. Sondern man fragt, was hat dich da besonders angesprochen? Was hat dich zum Umdenken bewegt? Das sind alles Fragen, die darauf zielen, was wir haben wollen, nämlich geändertes Verhalten. Was wirst du aufgrund dieser CD anders machen? Denn wir alle, Wissen bringt ja nur was, wenn wir dadurch unser Verhalten verändern. Gut, das sind so meine Gedanken dazu. Probiert aus, was funktioniert. Ich würde es nicht gleich mit allen eins gleichzeitig ausprobieren. Also laden, 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 ein nach dem anderen. Ich muss ja dann zweimal hinfahren. Einmal abgeben und einmal darüber sprechen. Aha, genau. Das sind zwei Arbeitsschritte, die man da hat. Und man kann sich überlegen, nehme ich jetzt den, von dem ich am meisten Widerstand erwarte zuerst, kann man machen, so nach dem Motto, feel fine, feel air. Oder nehme ich irgendeinen, der jung ist, noch ein bisschen offen im Kopf und der was will. Ich persönlich tendiere zur zweiten Sache. Und dann hat der mit einem eine CD, die die anderen nicht haben. Ey, Chef, warum habe ich die nicht? Ja, weißt du, das ist eine echt wichtige Sache. Und ich weiß auch nicht, ob wir die an alle rausgeben. Denn das bringt halt grundsätzlich nur was für Leute, die auch das Verhalten verändern wollen, um mehr Erfolg zu haben. Das ist ein Golle. Chef, ich will auch mehr Erfolg haben. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich habe die erst mal an den Herbert vergeben. Weil der Herbert, der hat mir gegenüber echt signalisiert, er will jetzt auch was verändern, weil er auch was bei mir wahrnimmt. Sagen die nicht, ah, okay, nee, dann, jetzt habe ich es verstanden. Ich brauche die nicht. Sondern die sagen, alles klar, was muss ich denn genau tun, um die auch zu bekommen? Ey, das ist im Prinzip schon, hat es das schon gemacht. Jeder, der die will, kann die natürlich haben. Dann kriegt der Nächste die. Dann kommt die Nächste an und sagt, ah, der sowieso, der hat jetzt auch eine CD, warum habe ich denn keine? Ah, was soll ich? Ich will die nur an Leute rausgeben. Ich habe auch nicht so viele bekommen. Der Witt ist da ein bisschen kniepig damit. An Leute, die wirklich was umsetzen. Und das erkenne ich persönlich dran, dass wir am nächsten Tag auch dann, dass die bereit sind, am nächsten Tag ein Gespräch darüber zu führen, was sie da gehört haben und was sie aufgrund dessen anders machen wollen. Also wenn du mir sagst, komm, morgen können wir uns drüber unterhalten, ich höre die auf dem Weg nach Hause und morgen wieder auf dem Weg hier hin, dann würde ich dir die ruhig geben. Ja, ich denke mal, ich pendle so ungefähr eine halbe Stunde. Das kriege ich doch hin, oder? Wie lang ist die? Die erste ist knapp über 40 Minuten. Also, das ist der Trick dabei. Ich habe noch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug hier aufgeschrieben. Sich mit jedem Einzelnen hinzusetzen und ein Gespräch zu führen mit folgenden Fragen. Wenn wir jetzt arbeiten, wir schon länger zusammen. Ich erwarte von dir, dass du sein Verhalten veränderst. Du kannst von mir auch erwarten, dass ich mein Verhalten verändere. Dazu möchte ich aber wissen, wie ich das tun soll. Also, sag mir bitte, lieber Mitarbeiter, was hilft dir denn weiter? Also, was wünschst du dir von mir für Verhalten? Das ist eine echt schwierige Frage. Da muss man den Mund halten und die Leute nachdenken lassen. Denn die nehmen euch hin, wie das Wetter oder Frau Merkels Politik. Die überlegen sich nie, wie sie es gerne besser hätten. Sondern die reden nur darüber, was an eurem Verhalten gerade wieder total stinkt. Also, die erste Frage ist, was wird dir denn weiterhelfen? Was für Verhalten konkret wünschst du dir? Und wenn die sagen, ja, dass du netter bist oder so, wie genau merkst du denn, dass ich nett bin? Also, nicht alle Leute verstehen das Gleiche drunter. Welches Verhalten wünschst du dir von mir und welches Verhalten soll ich abstellen? Und manche Leute machen sich da einen Riesenkopf und denken sich, ach du Schande, was werden die Leute erzählen? Aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Jetzt piept es, das ist die nächste Runde. Wir sollten Schluss machen. Also, diese drei Sachen, CDs, die Mitarbeitergespräche und überlegt euch genau, welche der neuen Empfehlungen ihr abfeuern wollt. Ja, das ist das, was diese Woche dran ist. Thomas, kannst du das nochmal per E-Mail rumschicken, weil ich sitze im Auto, ich kann mir nicht viel aufschreiben. So machen wir es. Also, ich schicke alles an. Tschüss Leute. Viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank für die Sachen. Tschüss Thomas. Schönen Tag. Tschüss. 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 Guten Morgen an die Möbelkülerin.